so meine lieben herzlich willkommen zurück zu miss survival ich hoffe ihr hattet alle einen wunderschönen tag und seid bereit für ein neues abenteuer also ich bin es glaube ich weiß auch nicht was wir machen aber wir brauchen noch ein sonnen also metall teil also wieder mal zu machen es nicht ohne euch obwohl es für euch vielleicht langweilig sein wird aber wer weiß was wir auf dem weg dahin alles finden und sehen und treffen und können und ich will auch gerne mir einen hühnchen fangen und einen hühnerstall bauen dazu brauchen wir aber also die bretter haben wird das ist ja klar aber da brauchen wir 20 blätter für so viele blätter habe ich nicht mehr glaube ich denke ich gehe ich von aus aber wir haben doch gut dann bauen wir erst den hühnerstall genau wir bauen erst den hühnerstall dann hat er schon mal zu hause der vogel die mit da sind sie nicht da sind sie ja so regel und was kommen wir noch ja 15 von den anländigen ok knapp 16 ok so mal gucken wo wir den hinbauen den hühnerstall wer ist denn da wieso liegt da ein stock ja ihr wisst schon und schon ne hallo könnten ihn hier hinbauen würde ich mal so bauen ist er groß gucken wir mal ob er groß und man kann ihn aufwäx krollen andrehen wir mal ok haben wir den hühnerstall der ist sowieso schon so ein bisschen kaputt ok mein fleisch was ich gestern noch hatte ist irgendwie kaputt schlecht verrottet ok hey wir haben einen hühnerstall wie cool und da müssen wir nicht da müssen denn von da hier rein die hühner da rein pflanzen denke ich mal ok ja dem jungen mann habe ich was zu arbeiten gegeben kann er auch was tun wenn er schon nichts ist zum glück also von mir aus muss er auch nichts essen müssen weil oh ja ok dann mache ich mal gleich das dann könnte ich oben fünf machen das egal jetzt eine wenige so kann ich die nämlich da reinpacken sie die hin gehören so die blätter wieder vorne rein haben sehr viele feine das gut den haben wir wieder in sein und dann und dann ich mal sagen ich bin mir jetzt ein hung da hinten da also falle immer noch leer keine ahnung die scheinbar kaputt und dann und dann ja cool ok wird hier vielleicht ein hühnchen sein hoffe ich aber ich höre keins das blöd ob das sollten wir auch hören können das ist jetzt merkwürdig okay ich glaube sollten zum haus und dann das auto das dauert ja ewig stein noch ein stein jetzt gar keine steine hallo das ist natürlich gut ich mich ja nicht so beschweren oder jetzt habe ich den wieder eingesackt jetzt habe ich doch die tür zugemacht so jetzt ist sie auf also muss er jetzt auch so schön wenn sie sich noch mal machen würden flaschen wie kommt denn hier in die flasche er hat mich aber auch kein machen was ich will bist du fertig ich glaubte kein wort tatsächlich er hat alle neun zahle gemacht hier war fleißig wo die es und die es aber wir können ja nicht auf dem ding schießen was habe ich denn im gepäck ist okay da rein kommt er die kommt hinten die kommen also bis 18 die stapel war okay dass wir das wissen jetzt da nicht wird jeder aus und jetzt so da ist aber noch ein bisschen ich glaube ich möchte das jetzt auch nicht wegwerfen das bisschen so machen wir das da rein okay mal ganz kurz so vielleicht sollten wir vorher speichern würde ich mal so behaupten okay wie spät ist das das ist ja eine blöde uhrzeit ihr lieben wir hören uns gleich wieder ich werde jetzt noch mal schlafen gehen also ein bisschen zeit gammeln lassen hier und dann geben wir uns morgen früh in alter frische also bis gleich so da sind wir wieder es ist früh am morgen es ist jetzt sechs uhr ja langsam geht es lichtern da drüben waren doch auch hühne ne wir gehen mal darüber okay okay na na hallo hallo willst du da bitte aufs auto gehen hey der geht da nicht rauf okay dann drin sein wird nichts weil ich hab ja nichts reingepackt oh okay da oh ein motor ja guck dir mal es ist hell huch man ist das doll hell so und dann irgendwo da war doch auch oh oh Gott ich glaube ihr werdet geblendet ja sag mal oh mit anlauf nicht ja okay das ist nix ja irgendwie okay auch das ja irgendwie okay auch das so so wo waren jetzt die hühner mhm 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 da hinten okay ach alles pure taktik hier sag's euch damit ich ja nicht das hühnchen fangen gehe mhm wir hätten jetzt einen motor wir hätten zündkerzen wir haben sogar benzin also wenn wir jetzt vier räder haben dann können wir noch ein auto mit runter nehmen das fand ich was wir damit sollen aber dann hätten wir eins noch dazu denn ist noch eins also wir hätten so zwei auswahlmöglichkeiten aber naja wir brauchen keine zwei autos geht es leer okay das ist auch leer das nimm da ist noch eine zündkerze aber ich hab doch alle autos geguckt oder werden hier so ein bisschen veräppelt die lassen wir drinnen auch munition ja die nehme ich gerne oder und die und die super super da kommen wir ja immer noch nicht hoch das sollen wir vielleicht auch nicht weil zwei etage und so weiß ich nicht okay ähm nix okay heilig gemacht hat er das bestimmt auch noch nicht dass wir das kaputt machen können da ist auch doch da ist auch doch da ist auch doch ne 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 hat er nicht gemein Gemein. Und das? Nein. Nein. Okay. Müssen wir überall draufklopfen. Da, ein Reifen. Ein Reifen. Noch drei und wir können. Oh, war das klar? War das klar oder so? Mann. Ah, das war klar. Kriegen wir vor allem Zündkelze am laufenden Band? Weil die für mich darüber nicht beschweren oder so. Trotzdem. Was haben wir in der Zündkelze gesucht? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Das waren ja wohl grausame Zeiten. Okay, die da. Ähm, da hinten ist das Auto. Oh, und da waren ganz viele Bühne. Mann, Quark. Warte mal. Nee, die nicht. Okay. Kann die Hühner ja nicht abschießen, sonst hab ich da ja nichts von. Hühner-Frikassee oder so. Das ist ja nicht das, was ich will. Ähm, da sind sogar zwei. Also eins will ich bloß. Hallo? Was machen wir denn? Jetzt mal stecke ich die weg. Dann gehe ich in den Doku. Der hat mich schon gesehen. Der auch. Halt still. Halt doch still. Ach, komm schon. Halt still. Komm schon. Komm schon. Halt still. Krieg ich dich? Ähm. Hä? Hallo? Wie, wie uncool. Das war ja wohl Betrug. Hallo? Oh. Ich hätte es doch gehabt. Na, das finde ich jetzt... Nee, das ist nicht nett. Hm. Okay, denn du. Direkt in die Arme von irgendeinem Bären. Äh. Halt still, halt still, halt still, halt still, 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 still. Aha. Komm schon, halt still, still, ich will doch nichts von dir, ich habe doch sogar ein Zuhause für dich. Hä? Wo ist er denn jetzt wieder? Och, Mann. Toll. Da habe ich das blöde Huhn schon wieder verloren. Oh. Hm. Das finde ich jetzt nicht gut. Ach, ich will keine Steine. Ich will das Huhn. Wie fange ich das denn? Hä? Mit E oder was? Mit E? Ich versuche mal mit E. Also mit F klappt es nicht. Oh. Och nein. Komm schon. Hühnchen. Komm, du bist auch kaputt. Ich sehe das doch. Komm her. Na wo? Na wo? Ich glaube es nicht. Junge. Warum? Habe ich das jetzt nicht gekriegt? Ach, Mensch. Das ist nicht nett. Kein nettes Huhn. Ich habe doch sogar ein Zuhause gebastelt. Jetzt bin ich enttäuscht. Nochmal kurz ein bisschen warten, bis meine Ausdauer wieder hoch ist. Okay, da ist nichts drin. Hm. Hm. Wir hier uns ja mal hinsetzen können. Ne. Okay. Das ist ja blöd. Mit welcher Taste? Äh, mit, mit, äh, zuschlagen geht ja wohl schlecht, oder? Oder? Weiß gar nicht. Also ich habe es mit F versucht. Ich habe es mit E versucht. Hm. Das war auch alles mittelmäßig, ne? Erfolgsmäßig, meine ich. So. Irgendwie müssen wir den noch kriegen. Vogel. Also, vielleicht soll ich ihn nicht Vogel nennen. Vielleicht soll ich ihn Hühnchen nennen. Oder? War das? Okay. Das ist doch alles hier nur Ablenkung, oder? Klar. Und mich ablenken. Ähm. Äh. Ja. Das kann ich jetzt ja nicht gebrauchen. So. Dann lasse ich das halt liegen. Will dieses Huhn. Okay, vielleicht muss ich dir anders an dir sagen. Ich möchte dieses Huhn. Kann ich dir jetzt? Hm? Also, schleichen wir uns an. Bei meinem Glück und dieser Spielerei. Dann werden wir entweder gleich einen Bären an der Backen. Oder? Der Nebel kommt. Bei alles Mögliche. Kannst du mich denn sehen? Ich bin doch getobt. Dem, 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 dem. Könnt mich gar nicht sehen. Doch. Ein, faltet das. So, ich versuch's mal mit der, äh, linke. So, 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 so. Äh, komm schon drum. Halt still, halt still, halt still, halt still, halt still. Äh. Das war's auch nicht. Oh. Ist wieder weg. Um. Das kann doch nicht sein, oder? Ich versuch's mal mit I. Jetzt, 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 jetzt. Schon, halt still, halt still, halt still, du Kackelhuhn. Oh, nein. Das ist wieder weg. Oh, Mann. Ich weiß ja nicht. Also, es ist auch nicht eh irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie soll ich die empfangen? Mit was fang ich die? Welche Taste? Verdammt. Halt still, halt, oh Gott. Gegen Baum. Ah. Ah, wo bringst du mich hin, du Huhn? Ah. Wo sind wir hier? Toll. Ach. Ich weiß nicht. Das ist keine gute Idee, glaube ich, langsam. Vielleicht sollte ich erstmal rauskriegen, welche Taste ich drücken muss, hä? Also, I ist es nicht. Und die linke Maustaste ist es auch nicht. Hm. Und Efe ist es auch nicht. Äh. Wartet mal. Ähm. Simmt. So. Jump ist klar. Ist auch klar. Ist auch klar. Ist auch klar. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Kogelhuhn kriegen soll. Also, 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 also wirklich. Ah. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch so einen Huhn kriegen. Hallo? F. Hey. Hallo, Huhn. Ja, ich habe einen Huhn. Wie cool. Ich habe einen Huhn. Yay. Leute, wir haben einen Huhn. Ja. Ich habe einen Huhn. Und wir haben ein Zuhause für einen Huhn. So, wie komme ich jetzt nochmal zu meinem Nachhause? Da. Okay. Äh. Kann ich auch schneller laufen? Nicht, dass ich das Huhn nicht verließe. Das hat mir viel Kraft gekostet. Das hat bestimmt gespürt, dass ich gleich aufgewehe. Ach. Mann. Irgendwo. Also. Durch. Durch den Wald. Keine Panik, Hühnchen. Bring dich ganz brav nach Hause. Wir haben einen Huhn. Ja. Cool. So. Eine Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Da hinten sind schon wieder die blöden Bäume hochgewachsen. Sehr merkwürdig. Okay. Ähm. So. E. Und wieder rein. Alles. So, mein Hühnchen. Du kannst jetzt in den Stall. Guck. So. Jetzt kriegst du eine. Hopp. Ha. Ich hab einen Huhn. Leute, wir haben einen Huhn. Cool. Ähm. Jetzt muss ich mein Gepäck leer machen. Also. Würde ich sagen. Wir hören. Also sehen uns gleich wieder. Also. Bis gleich. So, meine Lieben. Gepäck ist leer. Ähm. Geschlafen haben wir. Wir haben noch ein bisschen Hunger. Wir haben nicht geschlafen. Ach. Ich dachte, ich hätte geschlafen. Ich hab nur mein Gepäck leer gemacht. Stimmt. Nein. Das war davor. Hier. Hunger. Ähm. Jetzt haben wir erstmal das hier. Und das. Und dann würde ich sagen. Wir trinken mal was ungesundes. Muss ja auch mal sein, ne? Wenn du gesund bist, ist ja auch blöd. So. So. Okay. Dann schnappen wir unser Auto. So. Damit fahren wir zur Mine. Gucken wir, was da noch alles begegnet. Oha. Mann. Auf dem Weg dahin. Gucken wir mal. So. Um. Oh mein. hab ich die einmal vergessen kommen wir nicht hin wenn wir hier die straße zu ende fahren ach dann kommen wir dahin direkt ja genau er eiert aber auch hier und da ein böses da kommen wir zum ende steigen wir hier nochmal aus was ist das hier für kisten die standen letztes mal hier noch nicht jetzt ist immer gut haben wir alles gebraucht trotzdem standen hier letztes mal noch nicht ok da oben drauf ist nix da oben drauf ist auch nix ist nix kommt nix soll nix ok ja gucken konnte man ja mal sein kann dass irgendwas kommt außer das holz ok dann packen wir das mal hier weil 200 kilo mit mir rumtragen ist bestimmt nicht so einfach denke ich also ich könnte es nicht ok dann dann wenden wir mal unser autoto da oben ist auch nix drauf ok dann fangen wir hier runter mal gucken wie wir da kommen sonst haben wir vielleicht einen neuen weg wie wir am besten da hinkommen zumindest das war natürlich toll jetzt muss ich mal kurz überlegen wenn wir da geht es zu dem gutshaus ich glaube gerade zu aber genau keine ahnung oh wir hätten ja auch die dings mitnehmen können hab ich ganz vergessen die wassereime ja wir müssen dann keine banditen vorbei gut ist langweilig für euch wow was ist denn du hier viel quark aber für mich ist das gut 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 weil denn okay f ähm dann können wir nämlich also ne der kürzeste weg halt oh da drüben waren wir gestern also vorgestern also da muss ich jetzt nicht wieder rein gibt das jetzt nebel oder gibt es kein nebel jetzt hier mal ich möchte nicht im nebel unten im dings sein mhm das wäre glaube ich nicht so gut achso ne kann ich ja nicht warte achso jetzt so weiß ich nicht keine ahnung auf jeden fall brauchen wir ein so ein ding noch also acht halt ähm oh god das brauchen wir eigentlich gar nicht hier naja als wir haben haben wir okay halt warte mal äh okay war das gar nicht geplant eigentlich wollte ich ja erstmal hä die pär ach nee dass es die richtigen sind weiß ich gar nicht ich glaube nicht das ist das gold ach das brauche ich nicht hallo ich brauche metall ach mist ist auch wieder bloß ist nicht gut und wieder gold ich glaube wir werden wo ewig warten bescheiden vielleicht da vorne ich bin gespannt äh ach man tja es ist mir vergönnt mir diesen blöden teuren hammer zu bauen ich möchte bitte vielleicht klappt das ja jetzt auch wieder ach 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 nein 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 hat nicht geklappt ich danke euch übrigens für die ganzen lieben kommentare hatte noch nicht wirklich die zeit zu antworten aber ich habe sie alle gelesen ich habe alle däumchen hoch und herzchen gegeben weil hier ist ein bisschen viel action zurzeit bei mir zuhause und ein paar sachen die erledigt werden müssen und geklärt werden müssen und so weiter und so fort und ach das ist das was ich brauche hallo und das kriege ich jetzt nicht das gemacht und deswegen also schreibt mir bitte nicht böse also ich lese auf jeden fall alle kommentare und freue mich auch total darüber wenn ihr kommentare abgebt und ich sehe auch zu dass ich wieder jetzt die nächsten tage mal schriftlich dazu verschreibe aber echt also zurzeit ist hier irgendwie merkwürdig alles naja man kann es nicht ändern privat und privat und naja gut ähm so also gold haben wir wieder massig toll man metall habe ich nicht ach das ist doch schlecht ist das so um jetzt keine Schimpfhörde zu benutzen hä wo sind denn hä jetzt bin ich verwirrt hier waren doch auch noch zwei Batterien oder oder Motor und eine Batterie oder irgendwas war hier doch drin sehr merkwürdig nimm die auch ab also verfallen die auch das wäre ja blöd oh oh ja oh 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 okay ähm Licht aus wie spät hm aber weiß ich auch nicht gehen wir wieder umpennen oder was also tja Metall hat es jetzt nicht gegeben ne ähm hallo oh 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 nein oh zum Glück ich dachte eben schon wir sind da festgeklebt na das wär's weil zurückfahren wäre jetzt auch blöd weil da müssen wir ja wieder hierher eiern das wär ja Quark ich würd sagen wir schlafen hier einfach mal genau das werden wir machen gut wir hören uns gleich wieder ich mach wieder ne